Vergrößern, verkleinern FC Bayern angeblich an Thiago Cousin, Rodrigo Moreno vom FC Valencia interessiert, Urheberrecht geht die Image-Teilen bietende Mail-Kommentare, laut spanischen Medienberichten soll der FC Bayern München an Valentias Rodrigo Moreno interessiert sein. Der Stürmer ist der Cousin von Bayern-Staat Thiago. Der deutsche Rekordmeister Bayern München soll seine Fühler angeblich nach dem spanischen Nationalspieler Rodrigo Moreno vom FC Valencia ausstrecken. Das berichteten am Samstag übereinstimmend mehrere Sportzeitungen in Spanien. Für München ist der 27 Jahre alte Cousin von Bayern-Profi Thiago demnach als Verstärkung für den Angriff interessant. Als Ablöse für den noch bis 2022 bei Valencia unter Vertrag stehenden Stürmer, für den vor dem Saisonfinale in Spanien 16 Treffer zu Buche standen, ist eine Summe von 60 Millionen Euro im Gespräch. Die Bayern wären mit ihren Bemühungen um Moreno jedoch nicht allen. Bereits seit längerer Zeit ist das Interesse mehrerer Klubs aus der englischen Premier League an dem Torjäger bekannt. Punkt. Teilend Viterne Mail-Kommentare. Punkt. Teilend Viterne Mail-Kommentare. Punkt. Teilend Viterne Mail-Kommentare. Punkt. Teilend Viterne Mail-Kommentare. Punkt. Teilend Viterne Mail-Kommentare.